Sollte Lotto spielen? Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der erschrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen. Wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Oh, Schmetterlingseffekt. Entschuldige, bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz? Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gestritte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, ja, okay. Hast du das gehört? Ist er bereits eigentlich Blumenver... Was passiert das jetzt? Ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht von Josh. Ihr Geheimdicke. Also so wirklich war nicht. Das ist was da weg. Nicht richtig, ne? Also wir werden von irgendjemand beobachtet. Ja, der mit der Machete. Von Machete. Von Machete wären wir vor. Oh, drei. Isolation. Acht Stunden. Bis zum Morgen. Hm. Und ein Witcher-Botner ist wunderbar. Und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das steht da nicht drin. Der Geistmeister. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon jetzt, sei mal ernst. Oh, ich bin tot ernst. Ach, sehr still. Da waren wir doch gar nicht, oder? Ja, bitte. Was? Nee, das ist jetzt drei. Jetzt fängt's an. Achso. Damit fängt der Kapitel an. Ashley. Du oder ich? Du. Ernsthaft oder flapsig? Ach, na komm. Wie immer flapsig an dieser Renn. Abracadabra. Okay, äh, ist jemand da? Hallo? Bitte rangehen. Geister, Geister, Anruf. Ähm, Abracadabra. Ach, schon. Ähm, falls ihr mich hören könnt, gebt uns ein Zeichen. Ja, ein Peace-Zeichen oder ein Kloppschild. Leute, wenn ihr das Ganze nicht ernst nehmen wollt. Okay, okay. Ist jemand da? Egal, wo da ist. Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Ah, Vortasten. Na, wie können wir helfen? Oder wer braucht Hilfe? Ich würde erst mal fragen, wer Hilfe braucht. Wer bist du? Sorry, Leute, dass das jetzt mit dieser Playstation so abnervt. Was geht los? Versuch mal ein bisschen ein Ico anders einzustellen. Okay. Hanna oder Beth? Hanna war jetzt die mit der Brille, ne? Oder? Ich glaub, ja. Es war die, die verarscht wurde. Dann fragen wir mal, ob er Tenna ist. Hi, Johanna Montana. Sprich dann mit uns. Hanna? Bist du das? Ich mein, du sitzt da mit dem Bruder von hier. Das ist schon ein bisschen makaber irgendwie, ne? Josh, wie geht's dir? Alles gut. Bist du sicher, wir können auch aufwarten? Nein. Alter, äh, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir aus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Äh, die ist so laut? Ist, äh, hingegen für euch laut? Nee, die Playstation. Mal überlegen. Achso. Ja, das heißt. So, vortasten. Was ist mit dir passiert? Oder wollen wir uns entschuldigen oder vortasten? Entschuldigen ist ja gleich... Ja, komm, wir sagen mal... I'm sorry. Wenn du mich hören kannst. Also wirklich hören kannst. Sorry, Sunshine. Wir alle möchten uns entschuldigen für diese Dummheit. Äh, es war dämlich und gemein und es tut uns leid. Es tut uns so leid, Hannah. Ja, es ist schon für mein Sehen, hey, ist das schon schön. E. T. R. Das gefällt mir nicht. Was? Betray. Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. K. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streif. Äh, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Sie ist gegen... Frag sie, Ash. Okay, dann werden wir uns mal vortasten. Okay. Wer war das? Hannah, wer hat dich umgebracht? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Ich lenk mich. Heilige Scheiße. Chris? Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich sage es nicht. Im G5. 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 Zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein. Du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter. Es ist nicht echt nicht schuldig. Ich habe dich brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. So. Ach komm, man. Wir haben doch jetzt herrnisch damit zu tun gehabt. Ach, Mann. Ja, also wenn ihr nicht dran glaubt, schon. Ich kann ihn verstehen. Also mit dem Güter. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann wirst du verdammt übersorgen. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Wichtig, immer verabschieden bei so einem Ouija-Braut. Ja, ansonsten bist du verflucht. Echt, ja? Ja. Immer die Session sauber bennen. Oh, warte mal. Mike. Scheiß. So, äh. Wie hieß deine Freunde nochmal? Ja, die Blonde. So, wir sind überhaupt nicht oberflächlich da, die Blonde. Jessica, glaub ich. Hieß es nicht Jessica? Ja, genau. Jess. Oh, warte mal. Entschuldige, ich bitte. Wo bist du hin? Hast du dich hier in diesem, äh, äh, Räum-Truck, äh, versteckt? Süße. Bist du da drin? Süße. Oh, was ist da? Oh Gott. Oh, diese Scheißkuh. Oh, nee, doch nicht. Bist du einfach nur irgendeine Totenmaske? Na klar. Natürlich. Was ist denn bitte? Und... Wer macht denn bitte so einen Mechanismus? Dass, wenn du an den Griff gehst, dass plötzlich so eine Maske hochgeballert kommt? Wer macht denn sowas? Jemand, der... Wieso? ... ganz viel Spaß haben möchte. Also wirklich. Jess? Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Licht meines Lebens, Alter. Ich führe hoch und heilig. Ich mach dich nicht... Und gleich hochgeladen. Oh, du führst es schon gleich auf Instagram. Einfach das Handy nehmen. Zieh nicht, das ist so anstrengend. Absolut Thema. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. So, kommen wir jetzt natürlich... Das ist aber... Ich will mir jetzt natürlich auch keine Blöße geben vor der blöden Schruppe. Licht meines Lebens. Gott, gleich. Gott. Der wird doch witzig antworten und sagen, streng nicht mehr an, Jess. Das war mir total egal. Ich hab nur so getan. Oh, ist das so? Ja, du musst dich vor mehr anstrengen. Du willst also mehr. Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. It's the Predator. So, hier vorne haben wir anscheinend hier noch ein Knüppel. Ein Totem. So, was wird das sein? Eine Vorhersagung und es wird sein... Höhle. Ich bin der Meinung, das war Sam. Wie siehst du, Benni? Ja, das war auf jeden Fall eine Höhle, wo so auch viel mit Wasser ist. Also mit so einem Wasser... Das war irgendwie nur mit kurzen Hosen. Ja. Und mit einem roten Oberteil. Und ich merke mir war so, als wenn sie blond waren. Wow. Das ist ja relativ... Und da würde ich doch mal fast sagen, es war... Sam. Also Samantha. So, ich würde ja ein Rennen. Ja, das kannst du... Nee, das ist es nicht. Also Rennen ist... Aber du kannst nur wütend und zielstrebig durch den Schnee stapfen. Was war das? Ja, genau. Ich finde den Sound so ausbalanciert irgendwie. Also die Stimmen sind so mega leise. Der Schnee fällt so verdammt laut. Also irgendwer beobachtet uns. Äh, wo, wie? Achso, hier oben. Da. Ich weiß nicht... Jawoll! Einmal Piti. Schlüpfer voll bis Randkante. Bis zur Randkante. Okay. So, wir haben ein Status-Update. Warte mal, wo kann ich denn das eigentlich... Was sehen, das Status-Update. Status und gesammeltet. Unsere Hilfsbereitschaft geht gegen Null, Alter. Aber wir haben den Barry White rausgeholt. Wir sind überromantisch, weil wir globen natürlich, dass das passiert. In der Hütte. So, Jess mögen wir am meisten. Und der Rest kann uns eigentlich irgendwie so halbwegs am Arsch lägen. Das ist richtig. Das hat blöd gesagt. So, hier sehen wir anscheinend noch ein paar Sachen. Wo kann ich denn jetzt... Was ist denn der Status? Steckbrief. Okay, das sind die Items, die wir gefunden haben. Ach, guck mal hier. Macht den Tod denn voll. Toll. Mhm. Okay. Gut, egal. Wir wollen uns jetzt auch nicht zu sehr rauszerren. Lassen wir ihn mal weiter. Du-di-du, du-di-du, so, Jess, du kannst dich schon mal frisch machen. Wir werden die ganze Nacht Kartenspielen miteinander. Das ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Was? Echt jetzt, Alter? Toll. Oh, so eine Rumsbude, Alter. Mann, nee. Na, da machst du dir doch mal gemütlich. Also hier geht doch nichts. Niemals im Leben zieht sich hier eine Frau aus bei der Kälte. Oh, was haben wir hier? Eine Maske. Hinweis entdeckt. Alte Maske. Können wir die aufsetzen? Wie fühlt man das? Du bist doch in die Mails mit Nord, Mann. Die werden keine Masken aufgesetzt. Die wird mal schön zurückgelegt. Erschrecken. Oh, das ist süß. Zeigen. Sehr romantisch. Na, die Note 2 von 7. Oh, Scheiße. Na, der hat ja gesessen. Retour, Coache. Retour, Coache. Ich habe dich nur erschreckt und nicht völlig durchnässt. Nee, Mutti, du musst das anders sehen. Jetzt hat er eine nasse Hose an. Ja. Ich muss ja auch irgendwie ausziehen. Man muss sich wärmen ein bisschen. Genau. Man muss ja kuscheln. Das kommt doch. Jetzt kann auch erstmal so schön so eine Wawa-Pornomucke. Wum, 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 Wum. Und im Baum einsetzen. Gut, okay. Wollen wir nochmal, gehen nochmal kurz in die Hüte rein. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas Schönes. Wollen wir noch nicht? Was ist denn eigentlich? Das ist gar nichts. So, hier ein paar schöne Haken. Hier kannst du ein bisschen... Ach, dann Scheiße. Dead by Daylight spielen. Wunderbar. Wir gehen mal raus. So, Jess. Na, komm mal mit Puppins Marme. Bekläuft. Also mit dir gehe ich nicht kämpfen? Ja, vor allem im Winter. Wer macht denn so was? Bundeswehr. Das ist das Einzige, mal wirklich, dass man im Winter kämpfen war. Was für eine Scheiße, Alter. Tatsächlich muss ich mal sagen, seit ich jetzt den neuen Bildschirm habe, habe ich das gleiche Problem wie du. Es ist echt wirklich dunkel. Es ist wirklich dunkel. Also ich habe da jetzt nur ein Schemen gesehen. War das ein Wolf? Ein Wolf? Ein Reh oder so? Was ist das? Was ist denn? Ich wollte mich verarschen. Was sind das für Sounds? Alter, ist jetzt hier... Alter, hier wird hier rissen worden hier vorne. Ein Wapiti. Ach, du Scheiße. Oh, nee. Alter, du hast nichts bei, um das zu erlösen. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Was machst du? Du kannst jetzt nur einen Stein nehmen, Alter. Hirschtöten. Du kannst... Ach, du Scheiße. Ich habe damit hier, ey. Was willst du? Wird es denn erwürgen, oder was? Ich bringe das jetzt schnell zu Ende. Okay? Oh, nein, nein. Nein. Okay. Okay. Keine Ahnung, irgendwas. Wieso nicht? Ich kann nicht hier sehen. Okay. 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 Alter, die haben mega Muskulatur im Nacken. Er hat ihn abgerissen. Er hat ihn einfach abgerissen. Was hast du getan? Mein Scheiß, der ist ab. Er hat ihn einfach abgerissen. Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung. Okay, kein Stress. Quicktime Steep, hier am Stand. Hat er, hat er, hat er. Safe. Okay, sie sind hinter uns her. Abkürzung riskieren. Warum nehme ich denn Abkürzung riskieren? Das ist die Scheiße. Warum? Ja, Hilfe. Nun zieht euch, Mann. Hoppi, hopp. Was ist denn der Fazit für die Räuche? Ich weiß es nicht. Schön, die Abkürzung hat sich gelohen. Los, Jess, lauf. Mann, fall doch nicht doch hin, Jess. Was ist denn los? Scheiße, hol den Schiffen. Du musst die öffnen. Oh mein Gott. Das war knapp. Was? What the fuck, Alter. Oh. Oh. 100%, 100%, 110%. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich hab ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Hi, ich hab schon was ein Bär. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich hab gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Die knallen einfach durchs Fenster. Die machen einfach den Leon. Wir haben im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Doch. Ja, du hast recht. Jogi Bär. Okay. Wer schafft's? Ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Echt? Jetzt? Typisch. Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche romantische Kulisse. Okay. Ja. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Bin ich dabei? Es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Vor allem mal warm. Das ist doch die Hauptsache, Mann. Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja. Meine Lady. Aber vielleicht könnte meine Lady auch ein bisschen mal tun. Ist ja auch so Teamwork, ne? Die Manzipation schwingt ja auch zu wehenseiten die Tür. Wird euch mal ein Lost Place Overnight machen. Das wäre so cool. Bele's Hellstätten zum Beispiel. Ey, Melli, bist du irre? Bist du, wie unheimlich das ist? Oh Gott. Oh je. Oh, da sehe ich den Steve. Ja. Da sehe ich mich überhaupt nicht. Zack. So, zack. Und ich mach mal die Lampe an. Da hätten wir jetzt stimmungsvolles Licht. Was? Das ist einfach so eine kalte, so eine kalte Lampe angemacht, Alter. So, geht doch nichts rüber. So, ein Streichholz. Matches. Wo sind sie? Hier brauchen wir gar nicht rumfummeln. Das wird wohl nicht werden. Aber wir werden trotzdem rumfummeln. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Wie sicher. Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Wieso soll sie denn nicht okay sein, Mann, Alter? Du hast den Strömstach gekriegt, du Hürden. Ach, Mann, warum ist denn Mike so eine Flachzange, ey? Ja, das Blut ist schon an anderer Stelle. Oh, die Feuer, Alter. Hannah holt Ponce beim Alberta Junior. In, wenn, in, 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 was? Muss ich noch mal, sorry. Jetzt, ja, ich kann noch nie lesen, so ein Wort. Was ist denn, Hannah, was? Invitation? Invitation, schnell, schnell, schnell. Schön, 2013, kann man machen. Super, schön. Schön, Hannah, wunderbar. Kannst schauen. So, du bist immer noch auf der Suche nach Streichhölz, ne? Ich suche immer noch die Streichhölzer, tatsächlich. Die werden wahrscheinlich nicht im Schlafzimmer sein. Ich würd's tatsächlich eher in der Küchenschublade vermuten. Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Licht meines Herzens bist du das Kamasutra, bearbeitet von Tom Heaton. Alles klar. Schön. Mit persönlicher Widmung. Oh, das kannst du sogar aufschlagen. Jetzt geht's los. Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Kleinen Moment, da muss ich erstmal kurz, da muss ich erstmal die Mikro-Settings mal kurz ändern. Kleinen Moment. Scheiße. Wenn einer der liebenden einen oder beide Schenkel des anderen zwischen seine oder ihre eigenen Schenkel aus Kräften presst, so wird das die Schenkelumarmung genannt. Vielfältiger Einsatz des Vergnügens in seinen höchsten spirituellen und physischen Formen. Was der Ehemann am stärksten von seiner Frau oder Geliebten begehren muss, muss die Frau oder Geliebte höchst ekstatisch erwidern. Die mannigfaltigen, intimen Freuden des Fleisches sind Ausdruck sowohl weltlicher Zuneigung als auch spiritueller Einigkeit. Daher muss, wenn der Ehemann die Position Aufsteigender Elefant einlösen, die Frau mit der Position antworten, sie ist seit uns als prächtiger Schwan bekannt ist. Ach, wie schön. Die fortgeschrittene Position des Hermites auf den Länden spielt. Das ist doch egal. Einmal würde ich so moderne wie ein erwachsener Mensch vorlesen können, aber jetzt ganz vergessen. Okay, Fokus. Die fortgeschrittene Position, die als Eremit auf der Leier spielend bekannt ist, wird mit einer Position gepaart, die viele Namen trägt, aber zumeist tausend schön genannt wird. Ja, sorry Leute, aber da kann man ja wohl nie ernst nehmen. Da kann es doch nie ernst bleiben. Das war schön. Schlag nochmal um. Nein, das geht noch weiter. Moment, weil ich habe schon ins Handy gewinnt. Ah, wenn man das Bild einer Person im Spiegel oder im Wasser küsst oder den eigenen Schatten an der Wand, ist das ein Kuss der Offenbarung. Wenn die Frau ihre Schenkel um den ihres Liebhabers verschränkt, entsteht die umschlingende Position. Achso, jetzt kann ich nochmal zurückblättern. Schön. Na, das war doch was feinet. Ach ey, wieso ey. Immer bin ich dann so eine Scheiße konfrontiert hier. Bei Benni kommt nie sowas. Bei Benni kriege ich immer Sachtexte. Ich kriege mal so eine Scheiße hier. Genau. Passt aber gut. Sehr gut, sehr gut. Schön. Der aufsteigende Eberfahnte, Alter. Wunderbar. Guck mal, hier ist auch der Plätscher eine Wahl. So. Zack. Alter, der Typ ist so blöd, einen Duschfalling aufzuziehen. Was ist denn los mit ihm? Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. So, Papa, brauche jetzt hier mal langsam ein paar Streichhölzer. Warte, kann ich so weitergehen hier? Also, wir können tatsächlich nochmal wirklich in der Küche gucken. Achso, ich dachte, du wolltest nochmal das Buch nochmal durchforsten, ob du da Streichhölzer findest. Dave kann übrigens alles aus dem Buch auswendig, sagt er. Dave, du kannst das, ja, wirklich, das, ja, klar, das können wir alle. Ja, ja. Natürlich. Jetzt sind mal die Bilder an die Kickstarterarbeit, wa? Und Jojo ist da. Hallo Jojo. Jojo, hey, grüß dich. Du hast gerade Auszüge aus dem Kamasuta verpasst. So, ich hoffe, das hat keiner geklippt. Alter, wo sind denn die Streichhölzer? Normalerweise, jeder, also, Leute. Ja. Streichhölzer hebt man in der Küchenschublade auf. Pass auf, jetzt holt sie irgendwo ein Feuerzeug aus, ihrer Hosentasche, Jackentasche, sonst woher. Nee, ihr Handy wahrscheinlich. Oh, scheiße, kacke. Mike. Was? Oh, scheiße. Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Back. Es ist back, okay? Es ist back, okay? Es ist ganz ruhig. Was ist weg? Ja. Mein scheiß Handy, Sherlock. Kennest du's nicht? Scheiße. Nein. Ich hab's wohl draußen verloren. Ja, und? Scheiß noch. Shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay. Was? Tja, dann helf ich dir suchen. Kann man machen. Kann man machen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Wert. Ich finde, wir sollten da nicht rausgehen. Ach, da dienen sie. Auf den Tisch. Auf den Tisch. Ich seh sie. Da. Okay. Ich wünschte, ich wäre jetzt nicht komplett nass. Bis auf die Knochen. Bloß wegen dir. Verschissene Aktion. Tut mir leid, Jess. Ja, mi, 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 Alter. Bestimmt hab ich's im Wasser verloren und es funktioniert gar nicht mehr richtig. Also, was soll's. Hey, ich mach's wieder gut. Versprochen. Ja, wenn die so kalt ist, dann zieht doch schon mal die nassen, kalten Klamotten aus. Ja, das wäre sowieso auch jetzt, wenn es jetzt keine sexuelle Komponente hätte, irgendwie wichtig, irgendwie im Winter nasse Klamotten ausziehen. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Hab ich recht? Schön, du hast Nimsel. Nee, er guckt sie sich erstmal von allen Seiten an. Das kann, klar, natürlich. Ha, Mike hat's echt doof. So, weil wenn du nämlich Nasswurst im Winter machst du halt wie Revenant und schneidest irgendein Tier auf und da schlupfst du drin. Oh Gott, ja. Wurde ja wohl nicht zu schwer verlangt, äh, zu viel verlangt sein. Mike 1, Feuer 0. So, schön. Wirklich schön. Bravo. Yes. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wär's entspannter. Äh? Oh, ich brauch kein Alkohol im Spaß zu haben. Ich weiß nicht, ich, irgendwie, ich bin noch nicht zu weit. Oh. Na? Ja, da bin ich natürlich totaler Gentleman. Sorry. Ja, Mike ist halt von sich selbst überzeugt. Ja, man muss auch die Charaktere so spielen, wie sie sind. Was ist damit? Ähm, kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Drück mal, Zimmer mal die Tapezieren oder was? Was ist los? Das gefällt mir nicht. Sag mal. Wirklich, alles. Vögen, die macht nisch, Alene. Die macht nisch, Alene. Ja, sie. Ich gehe von außen zu, als einfach nur weiter heraus. Ja, wenn du, kannst du auch sagen, ich hab keinen Bock. Lass mich. Dann ist das doch in Ordnung. Frauen, wenn ihr keinen Bock habt, sagt einfach, ihr habt keinen Bock. Richtig. Vollkommen legitim, irgendwie. Wir fragen einfach in fünf Minuten nochmal. Einen Spaß. Aber hier hinzumachen, fertig. Ja, siehst du, anscheinend sieht es wichtig. Ja, aber das ist so, also als Kerl schnack ich keinen Bock mehr irgendwie. Über die Kehlakai oder was? Ne? Teamwork. Vor allem, er hat aber auch nur ein Fenster zugemacht von den, was mit den anderen? Durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Ich glaube, hier im Wohnzimmer gibt es nur ein Fenster. Was durchzuziehen? Also, ich geb mich immer selbstbewusster und total super sexy und all das. Aber eigentlich, ich will ehrlich sein. Ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Ach nee. Das ist ja was völlig neu jetzt. Tja, abschätzig. Beruhig. Ja, ne, so ein Arschlimfer jetzt natürlich. Das kann ich dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh. Du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast dein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber das ist echt. Was? Steve, ich hab keinen Bock. Will nur deinen Geld. Was? Fuck, ich hab den Hütten wieder ab. Hab doch kein Geld. Ja, und das ist so mega scharf. Eine Tüte Steine anbieten. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Sieh nach, ob du eine Decke findest. Dann können wir uns vor dem Feuer zusammenkuscheln und herausfinden, wie süß dein Arsch denn wirklich ist. Ja, aber pur ist der Zucker, Madame. Pur ist der Zucker. Ich werde nur leider keine Decke finden, wie ich mich kenne. Du wirst zu lange brauchen. Ja, wahrscheinlich. Nimm doch einfach den Wäsche... Was war das hier? Den Vorhang? Den Du-Vorhang? Oh, du alte Romantik-Sau. Ja, aber ich versuche noch. Auf so einen Plastik-Dusch-Vorhang, ja? Das ist aber... Du schießt den... Du schießt deinen Vorhang noch richtig ab, Alter. So, warte mal. Hier, warte. Hier xst du doch gerade irgendwas. Ja, da vorne in der... Hier in der Box da. Ja, aber direkt am Wäschekorb. Oh, Michael! Decken! Ja, doch. Ich lass mich doch bitte mal kurz was zu. Ich sehe auch überhaupt nicht. Siehst du da was, Benni? Nö. Da so irgendwas rot ist, aber was genau, keine Ahnung. Oh, wir haben eine Decke! Oh, wir haben eine Decke! Nimm mal die Jacke hier. Also, noch draußen. Ah, na toll. Jetzt hat's schon... Jetzt wird's creepy. Jetzt... Vorbei, der Mai. So, was war's wohl? Wahrscheinlich im Schlafzimmer. Ich höre große Geräusche. Ach, schön. Das war's wohl mit dem Duschen. Okay, ihr Handy. Ja, das ist auf jeden Fall höchst irritiert, wenn plötzlich so ein Telefon durchs Fenster geschmissen wird. Ja, hat eine Taube vorbeigebracht, oder was? Die Frage ist doch, wo haben die jetzt deinen Pin her? Wie konnten die den überhaupt entsperren? Mach mal nicht. Mach mal nicht, Mäuschen. Komm mal wieder herin. Ich hab so grad so Tanz-der-Teufel-Flashbacks irgendwie. Ato, weh, Ato, noctu. Nächstes muss ich mal aufs Klo. Und... Dann hat sie gekauft... Ja. Das ist ja auch ein Mr. Monster. Fühlst du dich jetzt besser? Okay, okay. Okay, okay. Problem, Problem! Ja? Holy moly, Alter! Ja. Nag teenagers! Ja. Ja? Lehrer? Ja? Ja. Nee? Ja?